Ausfallschritt nach hinten, zentral gelandet. Genial. Das Turnenherz freut. Sechster Platz an den Olympischen Spielen in Tokio. Und hier... Adem Asil mit einer Riesen-Nummer. Fantaschen Sechser-Sprung, oder? Dann kommt der E-Noten von 10-0 dazu. Der Sprungstaater bei 16. Und so viel Abzug hat das nicht gegeben. Nein. Also es gibt irgendwie 15-3 oder so. Also genial. Okay, jetzt muss er noch... ...weiter bringen natürlich. Weil der Schnitt zählt. Natürlich. Aber das hier war schon... Boah. Der gebürtige Ägypten für die Türkei startend seit dem Jahr 2021 unter dem Namen Adem Asil. Ja. Ja. Eieieieiei. Das ist Wahnsinn. Diese Sprünge, die sind höchste Belastungen auf die Füsse. Könntest du denken... Muss ja nicht das absolute Risiko an einem Swiss Cup Zero nehmen. Aber er haut voll seine maximal schwierigsten Sprünge raus. Also das war jetzt mein persönliches Highlight. Das sind die zwei Sprünge vom Adem Asil. Das sind die zwei Sprünge vom Adem Asil. Zuschauen und geniessen. Ja, jetzt bin ich gespannt auf diese Bewertung. Das wird unfassbar hoch sein. Diese Punkte sind alle hier... ...und Sie sind stark und tief schwürgen. Ah ja!